Hi. Ja der ist am Köder. Wie? Nee. Du musst hier unten... Da ist ein Köder? Du musst hier unten ihn haben, weil sonst wär das Holz ja schon schneller kaputt gegangen. Ja da ist ein Köder. Ja die Insel hat mir komplett gelootet oder? Wollten wir noch mal unter Wasser gucken. Ey ich hab keinen Köder mehr. Also... Das wird nichts mit. Jo dann... Abmarsch. Das ist aber jetzt kein Köder. Äh. Doch. Äh. Äh. Ist das bei dir auch so? Was denn? Dass der Köder neben dem Hai ist? Nö. Der ist bei mir im Wasser und hat's Maul offen und der Köder ist eine Hailänge daneben. Alter. Die Aufnahme beginnt echt gut. So. Ich weiß sowieso nicht wo wir stehen geblieben waren. Ich brauch Seile. Da sind keine Seile. Da auch nicht. Da auch nicht. Wir wollten angeln. Du ich gerade. Dann angeln mal ein paar... Guck. Angeln ist vorbei. Dann angeln mal ein paar Blätter. Haben wir drei Schrott und einen Bolzen? Uff. Das will sich nicht. Ich hab neun Schrott. Oh ja. Warum schütztest du nicht in die Kiste? Ich hab schon. Ich hab schon. Das hab ich hier bei der Insel unter Wasser gesammelt. Ich war noch gar nicht so schnell hinterher. Ich war noch nicht so schnell. Ach du Katastrophe. Wie viele Seile hast du? Äh. Eins. Oh toll ey. Ich brauch für ne verbesserte Angel acht Seile. Ja und ich wollte wieder einen zweiten Dings dahin machen. Wegen äh. Ach da ist ein zweiter. Sag das doch. Da brauch ich das doch nicht. Okay. Ich weiß gar nicht wovon du redest. Ach Anker. Ja. Genau. Darko das ist meiner. Höhöhöhöhö. Oh es gab ein Seil. Was hast du gesagt? Du brauchst Seile noch. Ach ein Stück. Ja. Drei Stück. Bounce. Können wir schon. Ey. Immer wenn ich was gucken will. Dieser Arschloch ey. Ganz ehrlich. Nö. Ähm. Oh ja. Essen. Genau. Äh. Jetzt scrollen. Genau. Äh. Jetzt scrollen. Genau. Und auf Turner. Der eigentlich möchte Licht haben. Ja. Das ist mir zu dunkel hier. Äh. Wo finde ich die? In der Minuetar. Oder unserem. Ne. Äh. Ach da oben. Ja. Ich hab Hunger. Ähm. Was warst du mit? Da oben. Ach da. Ne. Ganz unten. In der Dekoration. So. Ähm. Ich hasse das wenn man nicht sprinten kann. Oh. Die brauche ich nicht. Ich musste so mal wieder so einen neuen Haken vorsichtshalber herstellen. Ja gut. Ein Schrott. Zwei Seile. Einen Bolzen brauche ich. Ähm. Ich. Bolzen hatten wir noch. Doch. Einen hatten wir. Aber den haben wir wieder verbraten worden für irgendwas anderes. Was braucht man für den Bolzen? Höchstwahrscheinlich Metall. Oder man kann ihn gar nicht herstellen. Äh. Onion. Für was denn Schaufel? Kann man nicht herstellen. Doch. Bolzen. Eh. Er ist. Einsel. Äh. Moment. Du brauchst dafür eine Metallbahn im Inventar. Wo denn? Da. Links. Baust du mal bitte ein neues Paddel? Meins ist gleich kaputt. Gönne ich mir. So. Oh. Bounce. Bringt das was, wenn wir zwei zusammen hatten? Es geht auf jeden Fall schneller, aber wir gehen mehr zur Seite. Okay, meins ist kaputt. Die waren noch nicht gewässert. Die mussten wir dann noch wässern. Ich weiß, wir waren gerade beim Durchkaufen. Achso, das habe ich gerade getrunken. Aber ich habe wieder Neues genommen. Dann noch ein Stück zur Seite müssten wir. Ich will ja da nicht gegenstoßen. Weil sonst dreht sich das wieder so bescheuert. Aber am Zuckerrohr wäre es eigentlich ideal. Wobei... Du gehst da sowieso bestimmt wieder tauchen. Ja, scheiße. Das ist dann genau UNTERBOT. Das ist ganz schlicht kritisch. Egal, wir fahren einfach eine andere Kasse. Passt schon irgendwie. Geronimo! Das nächste Problem ist, dass ich nicht... Ich habe keinen Köhler. Gehebe Blume. So ein Schmori-Pari. Achchen! Ah, noch irgendetwas, ne, gut. Du hast keinen Köder ausgeworfen, oder? Doch, einen habe ich noch gefunden. Ok. Aber wenn der zu Ende ist. Ja, weil hier hinten habe ich schon Fass und Wasser schon, das tue ich jetzt instant holen. Nice. Ah, gut, ich habe noch genug Luft. Dachte der sich so. Ja, der Köder ist vorbei. Ja, ich habe es. Das Arschloff hier hat mich angeknabbert. Hä? Der ist bei mir. Der war gerade bei mir hier. Achso, na gut, du bist bei mir. Achtung, der kommt schon wieder. Ach du bist auf dem Schiff. Ja, was er versucht hat anzuknabbert in den Sack. So, ich tue jetzt mal deine Dinger hier verwässern. Ach, sind schon. Habe ich schon. Habe ich schon gemacht. So, ähm. Hatte ich hier nicht 20 wieder platziert? Äh, äh, äh. Wenn der Eik mir nicht immer im Weg laufen würde. Ja, immer der Eik. Ich bin voll lieb und nett. Und frisst mir die Haare vom Kopf. Ey, ich... Scheiße. Ich fresse die Rüben, die ich... Ja und so, ne? Ähm, ich habe im Übrigen einen Sand im Inventar. Perfekt. Seetang haben wir wieder. Die Zinger waren hier drin. Hat... Da war noch was. Sowas da. Hier kann man stacken. Ähm, hinter dir liegt erstmal die Schaufel. Ja, Moment. Schaufel? Das Paddel. Achso. Äh, das, das so. So, ähm. Hm 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 hm. Kannst du mal, wenn du gleich Zeit hast, den, äh, Dingsbums erforschen? Den? Schmelzofen. Ist ganz oben. Jo, erledigt. Das wäre erledigt. Was ist denn das? Ein Eimer. Warum ein Eimer? Warum ein Teppich? Wenn du nicht weißt, wofür ein Teppich da ist, dann... Ja, Prost, Malzert. Ich will schon, für was der da ist, aber... Warum hier auf diesem Boot? Weil man ja auch schön bauen soll. Scheiße, war das knapp. Hey! Hey! Bläh, da auch, hey! Ähm, Palimpa. Also wenn du es dir zutraust, da unten ist noch Metall. Ich hab, äh, hier ist noch Metall drinnen? Acht Stück. Ja, ich mein... Ja, ich mein einfach nur. Wir werden sicherlich später ein bisschen mehr als so eine Art Metall-Erwahrung brauchen. Ähm, Palimpalim... Trockne, 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 trockne... Warum willst du, dass das trocknet? Wegen dem Schmelzofen. Damit wir die Bolzen herstellen können, dann können wir uns ein verbessertes Fischer-Ding machen. Zum... Abbauen und... Ja... Äh... Einsammeln. Müssen sowieso mal gucken, wo wir den Schmelzofen hinpacken. Weil wir haben alle so... Auf einen... Auf einen Haufen gemacht. Du kannst ja auch theoretisch einfach mal überlegen, ob du in eine zweite Etage... Du gehst. So, jetzt. Ab sofort hat der Hai Angst. Was brauchen wir denn noch? Eigentlich nix mehr. Ich krieg nur bunte Barsche. Mann, ich brauch noch einen anderen Fisch. Komm schon! Und das da. Ich hab schon wieder Hunger. Ey, leck mich fett, Mann. Danke! Ich kann noch einen Köder machen. Danke für den Fisch. Ach toll, ich bin im roten Bereich. Danke, Alk. Ich hatte auch Hunger. Ja, aber du warst definitiv nicht im roten Bereich, oder? Ey, wenn der Magen knurrt, bist du da unten. Na doch. Ey, klasse. Ich hab das gesehen. Ich hab einen scheiß Köder ausgelegt, du geschissener Hai. Ich hab das gesehen, wie das wieder ankam, ey. Und dann sag doch was. Nö. Das sah lustig aus, halt. Ich geb dir gleich, das sah lustig aus. Ein bisschen Spaß, muss sein. Dann kill ich den, Alk. Du kannst mich hier nicht töten. So beim Server starten, konnte ich auswählen, ob Friendly Fire an ist oder nicht. Und ich hab's einfach mal jetzt ausgemacht. Also, doch, ich kann nicht töten. Das ist kacke. Kommst du mal her, Alk? Nein, ich bin hier. Ich bin grad selber und da... Das war's. Warte, warte, wo bist du, wo bist du? Da oben. Ich komm von unten. Alle Sauerstoff, so. Ja. Was ist da? In der Wand ist irre viel Eisen. Ja, ich hab nix mehr zum abbauen. Ernsthaft? Nö, es ist grad kaputt gegangen und ich kann auch nix bauen, weil die Seile nicht da sind. Ich kann nix bauen, weil kein Seil und so. Ach, und im Übrigen, der Köder ist weg. Ich hab dich ausgetrickst, du Arsch noch. Hat er dich echt nicht erwischt? Nein. Okay. Muss ich mir erstmal so ein 0850 Ding wiederherstellen. Das ärgert mich jetzt. Wo ist das Ganze? Ach, das hab ich. Nee, hä? Als wenn du ein verbessertes hattest. Nee. Hatte ich nicht. Geht ja nicht ohne Bolzen. Ja, aber du hattest einen. Nein. Du Wichser. Boah, nee. Boah, nee. Nee, nee, nee. Jetzt fehlen mir wieder vier Seile. So ein Arschloch. Ich hab nix. Ich komm schon, ich bin schneller fertig. Ich hab sehr aber Hunger. Du hast jetzt keine Fischköder mehr. Wollen wir da weitermachen, oder? Da ist nix mehr groß. Da ist vielleicht noch ein bisschen Schrott, aber... Für den Anfang brauchen wir eh was anderes. Also, du kannst gerne weiterfahren. Und du musst... Ich bin schon dabei. Das wird... Ja, das geht sicher aus. Passt. Ich brauche jetzt nämlich Säle, damit ich hier wieder so ein Ding bauen kann. Ey, das ist das Hei. Das ist das Hei. Ganz ehrlich. Ich wollte es eigentlich trinken, aber ich dachte mir so, nee, Essen ist nicht jeder. Vor allem, wo sind eigentlich die ganzen Ananas hin, die du immer abertest? Ich hab noch gar keine gesehen. Da, go. Sind die in Form von brauner Kacke wieder weg. Boah, ernsthaft. Was? Ich ess die halt. Ne, öh, mal abgeben. Warum? Hast du jeweils rum gebettelt? Ich verliere sowieso gefühlt immer mehr Hunger als du. Ohne dass ich sprinte. Geht nicht. Glück gehabt. Jetzt hast du meinen Sperr kaputt gemacht. Toll. Als wenn der dadurch kaputt geht. Ja, so. Jetzt brauche ich sieben Seilen. Läuft. Du hast nicht zufällig noch. Ein Ton und zwei Sand, oder? Nö. Ich konnte ja nicht zu Ende fahren. Ne, da unten war auch kein Ton und kein Sand mehr. Leider. Und ganz ehrlich, wer nicht mal Essen abgibt, no? Äh, so denkst du, da geb ich meinen Loot ab. Hä? Du futterst die ganze Zeit meine Fische, wenn du's genauer nimmst. Und das sogar noch, wo ich knurrenden Magen habe. Also beschwer dich nicht. Ey. Und wieso triffst du dieses Fass nicht? Jetzt. Das war ein Witz, was hier rauskam. So, jetzt hat ein Eyck Durst. Aber ich würd mich auch mal freuen, wenn ich so ein bisschen was zu essen abkriege vom Feld, ne? Weil die geben halt Hunger und, äh, Durst. Aber das ist ehrlich gesagt ne Lachnummer, was die an Hunger und Durst geben. Na und? Dann fern wir mal so mal nebenbei. Außerdem bin ich irgendwie die ganze Zeit als Einziger am Angeln. Ja, das hast du dir doch ausgesucht. Und du hast ja eigentlich die Väter bald ausgesucht. Nee, das war in der ersten Aufnahme, die verhunzt war. Ja, und warum soll ich auf einmal beides machen? Du hast es dir ausgesucht. Du hast es dir ausgesucht. Boah, komm, ernsthaft. Seile. Hier. Was wollte ich denn jetzt bauen? Netz. Sonnenetz. Ja, das stimmt. Vielen Dank. Fehlen mir noch zwei Seile. Rübe wird schneller fertig. Ich verhunger gleich. Hey. Hey. Kann es sein, dass das Boot gefühlt schneller ist jetzt als sonst? Ich glaube eher, das liegt an deinem Feingefühl. Nein, keine Ahnung, warum sollte es vorher schneller sein? Oder langsamer als jetzt? Ja, keine Ahnung, das fühlt sich halt gefühlt so an. Rübe, fertig. Oh, aber doch mal Zeit. Ich kann schon nicht mal mehr sprinten, ne? Ja, ich kann nicht. Ich habe hier Bau-Material. Haha. Damit hat der Heine gerechnet. Na kurz sehen, tue ich gerade um schon in der Entfernung. Ich bin ja sowieso noch dabei, wieder Köder zu bauen. Wo ist denn eigentlich die Riesenmuschel hin? Die habe ich zum Erlernen verwendet. Wir brauchen eine für den Vogelnast. Ich weiß. Aber wir brauchen halt auch eine zum Erlernen des Vogelnastes überhaupt. Was denn? Ich habe unser Boot. Du läufst irgendwie komisch. Das meine ich. Wie laufe ich denn? Ähm, wie ein Ritual. Ja, jetzt. Oh, das fand ich. Oh, sehr schön. Wasser ist hier drinnen? Jo. Da müsste eigentlich immer was da drin sein. Ja, ich kümm auch immer nach. Aber es kann ja sein, dass man es wirklich außer Versehen mal vergisst. Na gut, stimmt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hinten auch genug Platz, dass wir da einen Schmelzofen hinballern können. Äh, genau. Anker. Einen zweiten Anker. Anker. Brauch. Äh, Seil. Seil. Deiner waren nicht hier. Das Seil dreht gerade. Eins. Ich brauche noch drei. Na gut. Du, links, ich, rechts. Fast, meinst du? Stimmt, ich schwimme. Ziemlich auf der selben Höhe. Und weil auf deiner Seite ist dann noch eins. Ja. Oh, lol. Guck mal, auf meiner Seite kommt auch gleich noch eins. Ja, die sind auch wieder auf selber Höhe. Oh, Blätter. Uh, nice, nice, nice. Ähm, brauchst du den Fisch, oder? Nee, erstmal nicht. Ehrlich gesagt, ich tu den Fisch erstmal rein, nicht das... Können wir ein bisschen auf Reserve braten. Ja, das wär gut. Weil ich brauche ihn gerade auch nicht dringend. Ich seh halt auch am Horizont nischt. Nö. Ja, wir hatten wahrscheinlich auch ziemlich viel Glück, dass wir so viel Insel nacheinander jetzt hatten. Ja, weil ich immer gerne mal so kreuzter quer paddel. Ja. Komm, geh an den Haken. Komm, sei ein liebes Fass. Arschloch. Das hab ich so richtig gesehen, wie er da vorbeizieht. Ähm... Irgend... Achso, das wollte ich bauen. Und noch drei Seile. Noch ein Seil. Alter, entweder der Idiot von gegenüber mit seinem scheiß Motorrad hat wieder Langeweile, oder keine Ahnung. Ja. Aber dieses Arschlochgemache von den Gaydes mal, wenn ich zocke, oder irgendwas machen, tu am PC. Was der hier unten langbrettert, das fuckt mich so ab. Auch mit nem Quad heute, ey. Ey, ich hasse diesen... Nee. Aber ich muss sagen, dafür, dass der so kugelrund und moppelig ist, kennt der richtig geil dabei aber. Ähm, hi. Hi. Haha. Ja, büt, 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 büt. So. Ähm, palim, palim. Ach stimmt, das fehlt uns. Ja. Ah. Tudelidut. 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 Willst du mal lachen? Ich hab jetzt 34 Stück. Weil du dir die 20 aus der Küste genommen hast. So. Was muss, das muss. Komm, mein kleines Fass. Komm. Kommt, meine kleinen Fässer, kommt. Irgendwie habe ich grad ne Flaute, was das betrifft. Wo hast du den Fässer? Kein Raft, keine Insel. Nö. Das, Mann. Ich mein, kein Raft und keine Insel. Wir können ja dann mal ein Stückchen zur Seite rudern. Und das ist das einzige, was wir dadurch gewinnen, ist, dass wir eine Zeit lang keinen Strom haben. Die tauchen immer einfach so am Horizont auf. Naja, aber... Das brauchen wir eigentlich alles für einen Empfänger. Keine Ahnung. Hattest du da nicht so einen Bauplan? Ja, dort neben dem Essensfeuer. Bei mir war aber so, dass wir eigentlich irgendwie versuchen sollten, hier wegzukommen, glaube ich, aus der Situation. Hast du das in irgendeiner Kiste? Ja, dort. Da sind die ganzen Rezepte drin. Antenne. Ähm, dort hilft mir nicht viel. Ich brauche Plaster, Plaster, Plaster. Plaster, Plaster, Plaster. Noch mehr Plaster, Plaster, Plaster. Wir singen das Plaster. Ein Sammellied. Kriegst du nicht. Scheiße. Ja, nur Stein und Holz. Für den Arsch. Ah! Wird keiner gesehen. Ich betone nur noch mal, Ike ist der, der bis hier schon einmal gestorben ist. Okay, das wird rausgecuttet. Ähm, Ike, rechts von uns ist ein Raft. Rechts? Minimal rechts von der Sonne. Oder vielleicht vier, fünf Grad von der Sonne. Ach dort, Leute. Äh, ja. Da fahren wir genau drauf zu. Ich kann zwar ein bisschen einschlagen hier. Nein, brauchst du nicht. Wollte dir nur sagen, dass es da ist. Jetzt fahren wir an dem Ding wahrscheinlich vorbei, wenn du einschlägst. Äh, ach. Der versucht mich, der versucht mich. Jetzt hat er es geschafft, mich anzuknabbern. Die ganze Zeit hat er es nicht geschafft. Ey, geil. Wat'n Dulli-Hai, ey. Wer macht das, Ralf? Du, ich. Mir egal. Mir auch. Ach du. Na gut, dann wäre ich. Oh, dann angel ich noch ein bisschen Plaste hier. Kommt eh sowieso noch ein Fass. Zwei. Ich baue jetzt wieder Plaste, dass ich noch eine Dings machen kann. Eine Reihe vom Floß. Du musst es jetzt schaukeln. Jo. Nein! Halt an! Warum? Muss kurz sein. Äh. Ich verdurste. Hast du eine Reihe getiltet oder was? Ja, und ich schwimme da jetzt hin. Okay. Ich bin nur verdurst zu dem. Dann mach ich mal kurz zum Fass hier. Weil das gibt irre viel vielleicht wieder. Dann schwimme ich schon direkt. Es tut mir leid, dass ich eine Anker. Nee, nee. Ähm. Müssen wir halt Plaste sammeln. Kommst du mich dann am Raft abholen? Mal gleich. Ich hab sowieso irgendeine Tappe gedrückt. Ich schwimm da jetzt nur mich hin. Ich hole schon mal den Anker wieder ein, oder? Ja. Ja. Äh. Ja gut. Nur Holz und irgendein Rezept. Wahrscheinlich ist das mega, es ist, wahrscheinlich ist es das mega obergeile, keine Ahnung was, ein Rezept. Äh, mich selig nicht mehr, Ralk. Acht da. Äh, Raft. Ich komm schon zurück. Ich hab halt grad im Wasser noch ein bisschen gelootet. Naja. Wenn sich's ergibt, warum nicht? Ja. Und zwar Früchtekompott. Ich kann's nicht rein, ich kann's nicht rein machen, das ist voll. Aber ich muss eh was essen. Dann nimm dir halt den einzelnen Fisch da einfach raus. Erstmal kurz. Ach, das kocht noch, okay. Ernsthaft. Ach du, Sharlalais, ey. Eine Ananas, eine Mango, eine Melone und irgendeine Beere. Zusammen. Ja, da kommt ein Fass. Was? Zwei davon, zwei davon, ein Togelei und einmal was bitte? Milch? Soll das Milch sein? Äh. Nimm mal auf. Das Unterste soll das Milch sein? Warte. Sieht so aus, ne? Wo kriegen wir bitte Milch und eine Kuh her? Keine Ahnung. Gibt's hier Kokoslüsse? Vielleicht ist es Kokosmilch. Kokoslüsse gibt's, ja. Dann wird man sicherlich irgendwie Kokosmilch machen können. Gucken. Äh. Ich glaube, die... Oh Gott. Weil das Essen was ist. Welche Taste waren das mit dem FPS und so, die oben angezeigt werden? Willst du das noch? Ähm, hoch. Doch nichts hoch. Ja, danke. Habe ich mich auch nämlich gerade wieder verdrückt gehabt. Hm. Hä? Wieso habe ich den Fisch eintopft bei mir drinnen? Weiß ich nicht. Warte, hatte ich dir doch wegen der Kokosmilch zugeworfen. Fisch eintopft. Ganzhaft. Ja, dafür brauchst du ja eben diese besagte Milch. Und da wollte ich wissen, was das ist. Oder was gehört zu meins. Okay. Und dann wird es da. Plaste, Plaste, ich brauch ganz viel Plaste. haben wir in der truhe nicht klasse ich angele das buch sehr schwer gerade